Oha, das erste Mal in der Schweiz. Herzlich willkommen in der Schweiz, dem Land der Schönen und Reichen. Und wir sind auch da. Boah, ich hab so Hunger. Ich hol dir ein bisschen Schnee. Oh, hier, nimm. Danke. Schmeckt's? Oh, ich glaub, ich muss scheißen. Zum Glück hab ich ne Toilette dabei. Endlich fertig. Oha, saure Süßigkeiten direkt aus der Schweiz. Und deshalb, liebe Freunde, ist Skifahren gesund? Ist gesund!